2M hoch 2 mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Südtiroler Sparkasse. Eine erfrischende Unterhaltung bei einer neuen Folge von 2M hoch 2 wünscht Ihnen die Spezialbierbrauerei Forst. 2M hoch 2 Herzlich Willkommen bei 2M hoch 2. Wir sind heute in der Kurstadt Meran und stehen jetzt hier vor der Kurverwaltung. Wir gehen da rein, weil dort in den Hinterräumen gibt es was ganz außergewöhnliches, musikalisches. 3M hoch 2. Wir sind im Notenarchiv des ehemaligen Kurorchesters. Meran und die Hüter dieses ganz besonderen musikalischen Schatzes sind der Karl, die Elfriede und die Ulrike. Wir haben in zwei Jahren 7500 Stück des Notenarchiv des ehemaligen Kurorchesters sortiert, geordnet und archiviert. Das Ganze ist jetzt auch in der Homepage der Kurverwaltung einsehbar und da haben wir natürlich unter den 7500 Stücken einige Schätze gefunden. Unter anderem der Pater Magnus Ortwein ist vielen ein Begriff, ein Benediktinermönch von Marienberg, der Gymnasialdirektor am Rennweg im Meran war. Und der hat ein Tonstück zu Beginn des Ersten Weltkrieges geschrieben, des Österreichisch-Deutsche Pünktis. Damals hat man noch diese Hurastimmung zu Beginn des Krieges gehabt. Das hat er selber geschrieben für großes Orchester mit Partitur. Ist das unter diesen 7500 Stücken vorhanden? Forse non tutti sanno che in questo archivio si trovano molte opere preziose. Ad esempio questo spartito composto da Franz Leinhardt, che è anche un famoso pittore altoatesino. Queste note col testo sono state composte per l'Orchestra di Cura di Merano circa 70 anni fa. Documenti unici quindi, quelli custoditi all'interno dell'archivio musicale dell'Orchestra di Cura di Merano. Chi fosse interessato ad un elenco dettagliato di questi quasi 7500 spartiti, può consultare il sito internet all'indirizzo www.merano.eu. Die einzelnen Partituren des Notenarchivs vom Chororchester in Merano kann man auf einer Homepage einsehen. Dort kann man sie auch bestellen. Alles zu finden unter www.merano.eu. Bis zum nächsten Mal bei 2M hoch 2. 2M hoch 2 Mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Südtiroler Sparkasse Bis zum nächsten Mal bei 2M hoch 2. Präsentiert von der Spezialbierbrauerei Forst Unsere Welt. Unser Bier.